moin moin leute mal wieder mal ein neues video auf dem kanal von telly ich wollte euch mal auf dem neuesten stand bringen stoßstangen ecken habe ich jetzt dran provisorisch habe ich auch mal den grill reingemacht gefällt mir richtig gut gut habe ich jetzt auch schon mal reingemacht vier punktgurte von schrot waren da drin und die ganz normalen drei punktgurte die lassen sich aber noch nicht ausrollen vielleicht kriege ich neue oder ich gucke mal ob ich die überholen kann so sieht das jetzt aus hinten habe ich die dreien gemacht die sind so zum aus rausziehen dann kann man die hier verbinden weil ich hatte jetzt nicht vor denen als zwei sitze eintragen zu lassen und ja das ist eine gute alternative dazu jetzt mache ich gleich noch das handbremseil neu weil das ist mir leider gerissen mal gucken wie das wird ob daran wird oder nicht und dann wollte ich die felgen mal abmachen weil ich habe die zwei mal sauber gemacht aber ich versuche die mal ein bisschen zu schleifen und dann vielleicht zu polieren weil ehrlich gesagt ich hatte mal nachgefragt die komplett überholen zu lassen da bist du wieder ein tausender locker quitt und das geld steckt nicht drin häckstoffe stangen habe ich auch mal probeweise montiert kennzeichen beleuchtung liegt noch im kofferraum die muss ich noch dran machen die linke leiste habe ich jetzt auch mal montiert hat mir aber dabei aufgefallen ist ich weiß ob man das jetzt so gut erkennt aber die heckklappe schließt ein bisschen zu viel hat das sieht man jetzt nicht weil die nicht zu ist aber moment mal spartig zu so und zwar wenn jetzt geschlossen ist passen die streifen hier nicht mehr übereinander das heißt auch wenn ich hier die leiste an der unterkante dran mache ist das krumm also passt das nicht richtig ist das nicht in einer flucht das heißt muss die heckklappe noch mal ein bisschen einstellen dass die vorher schon schließt damit das vernünftig aussieht weil kann man ja keinem antun nicht eine heckstoßstange finde ich also ich kenne an otto quasi die ganze zeit ohne heckstoßstange dementsprechend gefällt mir die heckstoßstange jetzt nicht so wirklich aber hat wir mal machen gehört halt dazu ne da vorne die stoßstange ecken die gefallen mir richtig gut weil die halt auch nicht wie beim normalen capri komplett durchgängig ist aber ja hier an dem abstandshalter also am kotflügel wird der quasi festgemacht hier geht eine lange schraube durch und hier hatte ich auch nicht mehr den abstandhalter ich habe jetzt erst mal vom schweißgerät vorne so eine düse habe ich genommen das passt haar genau vielleicht mal so was so ein abstandhalter drehen lassen oder keine ahnung was aber langsam nimmt das hand und fuß gefällt mir richtig gut bis auf die kotflügel also hier der kotflügel junge junge zum glück habe ich da noch ein original der noch lackiert wird weil also wenn ich die motaube zu mache ich mach mal eben zu und dann also das spaltmaß finde ich ist okay habe ich halt noch mal eingestellt aber wenn man jetzt hier drauf guckt und jetzt hier steht auf jeden fall ziemlich gut ab ich weiß ob man das gut erkennen kann aber das gefällt mir so gar nicht auf der anderen seite spaltmaß okay und hier passt das auch also ist einigermaßen okay damit kann man leben aber auf der anderen seite ich denke mal weil der kotflügel halt auch weil was länger einfach im regal lag hat er sich verzogen oder keine ahnung gfk gefällt mir auch absolut gar nicht weil je nachdem wie das licht auch ist ich weiß nicht ob man das auf kamera erkennen kann aber total wellig und so also aber habe jetzt einen tipp bekommen von von einem kommentar dort man in england bei stil irgendwas kriegt man original qualität kotflügel sind zwar auch nicht ganz billig aber das wird sich auf jeden fall lohnen darauf mal zu sparen aber möchte auch irgendwo dass das einigermaßen vernünftig aussieht so ich mache jetzt auf jeden fall erst mal das handbremseil und dann berichte ich euch noch mal so jetzt liege ich hier unter der karre habe das handbremseil habe ich jetzt neu gemacht habe es mir ehrlich gesagt viel schwerer vorgestellt weil ich kenne das von neueren rotos da kann man schon mal echten kampf sein vorne wird das nur eingehangen dass man das hier erkennen kann ganz hinten da wird das nur durch so eine böse quasi eingehangen geht dann hier durch hier ist noch so eine führung sage ich mal hier um eine umlenkung rum wird hier festgemacht dann über ein umlenk hebel geht das hier an beide seiten quasi zu den trommelbremsen also wirklich einfach und ja ich schwinge mich jetzt mal hier hoch gucken was es sonst noch gibt jetzt wollte ich mich an die felgen ein bisschen begeben wenig mal eine probieren und dann gucken was wird was wird so hier wird das quasi eingehangen einfach nur hier ist er gerissen ich denke mal dass in der umlenkung passiert durch die lange standzeit und so hat er anfangen angefangen bisschen zu gammeln und ja dann als ich quasi die handbremse gezogen habe hat er einmal klack gemacht und dann war das ganze linken durch so hat sie mich jetzt an die felgen mal ein bisschen dran getraut hier in die vordere sieht bis jetzt schon sehr gut aus bin damit 600 schleifpapier drangegangen also erstmal sauber gemacht 600 schleifpapier dann 1200 da wird aber noch ich denke mal 2000 oder irgendwie so was kommen und dann polieren weil sieht richtig geil aus so sahen die felgen also die eine felge vorher aus bremsstaubrisch rein gefressen und so ja und da die kohlen nicht so locker sitzen versuche statt einfach alleine ist jetzt eine hintere felge das hat meine freundin gemacht bin ich sehr stolz auf sie und ja ich werde euch auf jeden fall noch weiter berichten in einem anderen video lasst wie man like ein abo da und ja über verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar was sie gerne noch sehen wollen würde so dann angenehmen feiertag noch und tschüss